Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 1. Mai und pünktlich zum neuen Monat kommt auch ein neues Keyway. Und zwar gibt es zu gewinnen eine M41S Flashback. Und zwar ist es auch nicht irgendeine, sondern eine Stat-Track in Minimale. Das Preis liegt bei ca. 11€ für dieses hübsche Ding. Ich finde sie hat einen gewissen Style. So ist sie eigentlich auch nice. Auf jeden Fall, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einmal ein Abonnent meines Kanals sein, sonst geht da nichts. Ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten, also sprich einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr müsst kommentieren, denn ich werde mit einem random Kommentar-Picker einen random Kommentar picken. Und desto mehr Kommentare ihr unter diesem Video hinterlässt bzw. wie ihr darunter spammt, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass eines von eurer Kommentare gezogen wird. Also haut da ordentlich in die Tasten, wenn ihr gewinnen wollt, sonst wird das dann nichts. Gut, das war's dann auch. Kurz und knackig. Dann sage ich auch gleich Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Redaktion. Das war's dann! Susstell mày Nhilanagers. Das war's dann einfach an. Erst es ist ganz schnell.